Microsoft Co-Pilot ist endlich draußen und die Frage ist ja, lohnt sich das Ganze und werde ich jetzt umsteigen von ChatGPT Plus auf Microsoft Co-Pilot? All das in dieser Folge. Hi, das ist der Theo Podcast. Hier geht es um digitale Trends, vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Social Media. Wenn euch diese Themen interessieren, solltet ihr unbedingt den Podcast und den YouTube-Channel abonnieren. Um das Thema Co-Pilot zu erklären, muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir wissen ja alle, dass ChatGPT ja im November 2022 rausgekommen ist. Also gefühlt eine Ewigkeit her, aber eigentlich noch gar nicht so lange. Und im April 2023, also ungefähr ein halbes Jahr später, hat dann Microsoft angekündigt, wir bringen Co-Pilot raus. Was ist Co-Pilot? Co-Pilot ist die Integration von Künstlichen Intelligenz-Features in die bestehenden Microsoft 365-Produkte, wie zum Beispiel Word, Excel und PowerPoint. Und wir wissen ja, Microsoft hat in OpenAI investiert und hat ja unter anderem auch die Technologie lizenziert. Das heißt, die KI, die ihr jetzt in Zukunft unter der Co-Pilot-Marke nutzen werdet, in Microsoft Word und Excel, das ist jetzt keine eigene KI von Microsoft, sondern die benutzen im Prinzip auch GPT-4. Das Announcement war, wie gesagt, im letzten Frühjahr. Und dann hat es aber ewig gedauert, dass das Ding dann eben auch wirklich verfügbar war. Und ich selbst habe natürlich darauf gewartet, weil ich selbst als Privatverbraucher oder als Unternehmen natürlich mit dem Tool arbeiten wollte. Aber ich habe ja auch ganz viele Unternehmenskunden, für die ich ja auch KI-Beratung mache oder KI-Upskilling. Und die wollten natürlich auch immer wissen, wann kommt eigentlich der Co-Pilot. Und das Ganze hat dann total lange gedauert. Irgendwann so ab Herbst gab es so erste Testpiloten. Das bedeutet, die Unternehmenskunden, die ganz große Microsoft-Accounts haben, die haben dann eben einen ersten Zugriff bekommen auf Co-Pilot. Aber da gab es eine ziemlich krasse Restriktion, nämlich man musste erst mal 300 Lizenzen kaufen. Und 300 Lizenzen bei ungefähr 20 Euro im Monat, das sind dann ja auch 6.000 Euro im Monat. Also ein Commitment erst mal dann von 72.000 Euro, ist ja auch erst mal eine ganze Menge. Und viele Unternehmen, die wollten dieses Commitment eben nicht eingehen, entweder weil sie selbst nicht so groß sind, wenn wir eben eine kleinere Company sind. Oder selbst innerhalb eines großen Unternehmens ist den meisten Unternehmen eben noch nicht so ganz klar, wer alles eigentlich diese KI-Tools nutzen soll. Ich bin natürlich ein Freund davon, dass jeder diese KI-Tools nutzen soll, weil ich der Meinung bin, dass KI-Tools wie das neue Lese- und Schreiben sind. Nicht nur Leute, die jetzt in ihrer Job-Description KI drinstehen haben oder Innovationen, müssen halt diese Tools nutzen können, sondern im Prinzip jeder. Weil wir wollen ja alle produktiver und effizienter werden, wenn es um das Erstellen von Texten, von Grafiken geht, Datenanalyse, Präsentationen und so weiter. Und während dann eben die Welt auf den richtigen Rollout von Copilot gewartet hat, hat sich natürlich nebenbei auch das ChatGPT-Ökosystem entwickelt. Zuerst mal mit ChatGPT, der kostenlosen Version, dann ChatGPT Plus, die ja wirklich viel, viel besser ist als die normale Version. Also viel mehr Features, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Daten zu analysieren, Bilder hochzuladen, PDFs hochzuladen und eigene GPTs zu bauen. Aber auch bei ChatGPT Plus stellte sich dann eben die Frage, können Unternehmen das überhaupt nutzen? Und zwar nutzen unter dem Gesichtspunkt der Privacy, also sind meine Daten da eben auch sicher. Und da haben natürlich die Unternehmen zu Recht eben Angst, dass sie jetzt irgendwelche vertraulichen Daten hochladen und das Ganze jetzt irgendwo in der Cloud landet, beziehungsweise OpenAI jetzt seine KI-Modelle mit den Daten eben trainiert. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein Unternehmen und möchte jetzt meine Marketingstrategie entwickeln und lade da jetzt vertrauliche Informationen hoch. Dann möchte ich natürlich nicht, dass das Modell jetzt mit meiner geheimen Marketingstrategie gefüttert wird. Und da gibt es ja auch noch ganz vertrauliche Personendaten, wie jetzt zum Beispiel im Personalbereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Lebensläufe, Gehälter oder sonstiges analysieren möchte mit KI, super cooler Use Case. Aber verständlicherweise muss man da natürlich darauf achten, dass eben auch das Thema Datensicherheit und Privacy gegeben ist. Und jetzt gab es innerhalb von ganz kurzer Zeit eben zwei Releases, nämlich ChatGPT für Teams und jetzt eben auch Microsoft Copilot, was seit dieser Woche auch für alle verfügbar ist. Ich fange mal an mit ChatGPT Teams und zwar ist es eine abgespeckte Version von ChatGPT Enterprise. Also ChatGPT Enterprise ist so gesehen die sichere Version von ChatGPT, das heißt auch für den Einsatz in Unternehmen gedacht. Das heißt, da verspricht OpenAI hoch und heilig, dass eure Daten nicht zum Modeltraining benutzt werden. Und das ist natürlich für viele Firmen eine spannende Option, aber auch da gab es dann ein Minimum, glaube ich, von 100 Lizenzen und für die meisten Unternehmen war das dann eben auch erstmal zu viel. Und jetzt gibt es eben seit einigen Wochen ChatGPT für Teams, super cool, denn da muss man nur zwei Lizenzen Minimum abnehmen, aber mit einem Jahrescommitment, das sind dann so 25 Euro pro Monat. Das heißt mal 12, 300 Dollar mal zwei Lizenzen Minimums, also mindestens mal 600 Dollar, die ihr jetzt mal ausgeben müsstet, um eben ChatGPT für Teams zu nutzen. Der Vorteil liegt aber auf der Hand, denn man hat eben alle Features drin, die eben auch bei ChatGPT Plus drin sind und man hat noch das Thema Security eben mit dabei. Das heißt, dass die Daten, wie gesagt, eben nicht zum Modeltraining benutzt werden und da gibt es noch irgendwelche Dashboards für irgendwelche Teams. Das heißt, wenn ihr auch eigene GPTs baut, dann könnt ihr als Team eben darauf zugreifen. Das heißt, man hat nicht einfach nur den ganz normalen Login und ist dann in ChatGPT drin, sondern hat dann eben eine richtige Nutzerverwaltung. Also super cool. Und jetzt war ich schon drauf und dran, all meinen Kunden zu empfehlen, zumindest mal ChatGPT Teams eben zu abonnieren. Und dann kam eben diese Woche das Announcement für Copilot, also dass Copilot jetzt eben auch wirklich verfügbar ist und eben, wie gesagt, nicht mehr mit diesen 300 Lizenzen, sondern jetzt kann man auch schon Einzellizenzen kaufen. Wenn man jetzt bei Microsoft auf die Webseite geht, dann sieht man eben auch sofort die Copilot-Seite und da kann man dementsprechend sich auch die Preise ansehen. Und zwar für Einzelpersonen gibt es eben Copilot Pro, das sind 22 Euro im Monat. Für Unternehmen im Rahmen von Microsoft 365 sind das 28 Euro, wobei man immer sagen muss, das ist ja als Add-on zu bestehenden Lizenzen. Das heißt, ich muss schon eine Microsoft Office- bzw. 365-Lizenz haben und dann kann ich mir eben noch das Copilot-Add-on dazu kaufen. Ich habe ehrlich gesagt nie so genau nachgeschaut, wie viel eigentlich die grundsätzliche Lizenz kostet, also das normale Microsoft 365. Und jetzt zum Beispiel für Einzelpersonen kostet es ja tatsächlich nur so 6-7 Euro im Monat. Das heißt, der Copilot, der ist halt um ein Vielfaches teurer mit irgendwie 20 Euro. Das finde ich schon krass, weil auf der einen Seite könnte man sagen, das normale Microsoft Office ist eigentlich unfassbar günstig, dafür, dass man da Excel, PowerPoint, Outlook und so weiter benutzen kann. Aber auf der anderen Seite erscheint einem natürlich dieses Add-on jetzt halt extrem teuer. Denn typischerweise ist ein Add-on ja günstiger, weil es ja nur eine Zusatzfunktion ist. Das heißt, ich hätte es jetzt normaler gefunden, wenn jetzt irgendeine App meinetwegen 10 Euro im Monat kostet und dann eben das KI-Add-on eben nochmal 5 oder 10 Euro zusätzlich. So ähnlich wie auch bei Notion AI. Da gibt es ja auch zu Notion noch eine AI-Variante, die ungefähr 10 Euro im Monat kostet. Von daher finde ich das Pricing schon ziemlich interessant. Microsoft wird sich natürlich was dabei gedacht haben. Die werden schon wissen, was sie da machen. Wahrscheinlich haben sie sich auch ein Stück weit an ChatGPT orientiert. Das läuft ja sehr erfolgreich. Und da zahlen die Leute ja auch 20, 25 Euro im Monat für ChatGPT+. Ich habe mir natürlich gleich mal Copilot Pro geholt. Das ging auch super schnell. Also man geht einfach auf die Webseite, kauft sich das Add-on und dann muss man einfach in Microsoft Word oder PowerPoint gehen und seine Lizenz aktualisieren. Und wenn ihr jetzt in die App reingeht, dann werdet ihr rechts oben ein kleines Icon sehen, nämlich Copilot. Und dann klickt ihr auf das Icon drauf und dann öffnet sich ein Promptfenster, ähnlich wie bei ChatGPT, nur halt innerhalb von Word oder von PowerPoint. Und dann könnt ihr eben das eingeben, also die Prompts, die ihr dann eben auch bei ChatGPT eingeben würdet. Wie zum Beispiel, schreibt mir eine Rede zum Thema X oder was ist die Definition von Y oder erstellt mir mal eine Tabelle mit den folgenden Kriterien. Nach meinen ersten Tests würde ich sagen, dass ChatGPT besser ist als Copilot. Wobei Copilot natürlich den Vorteil hat, dass es halt direkt in die Apps integriert ist, wie eben Word, Excel und PowerPoint. Und das ist natürlich gerade für Corporates spannend, weil sie dann eben in dieser Microsoft-Umgebung bleiben können, nicht noch ein zusätzliches Tool wie ChatGPT dann eben kaufen müssen. Und man hat eben die Texte schon direkt in Word drin. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie Copy-Pasten beziehungsweise zwischen ChatGPT und jetzt eben Microsoft Word hin und her springen. Ich glaube, es hängt total davon ab, was euer Software-Ekosystem ist. Ich arbeite ja relativ wenig in den Microsoft-Produkten. Also ich arbeite ja in Keynote für meine Präsentationen, also Apple Keynote. Ich arbeite viel in Notion, das heißt, ich verfasse jetzt gar keine Texte in Word, von daher würde mir jetzt eben dieser Copilot innerhalb von Word gar nicht so viel bringen. Ich nehme dann eher ChatGPT, wenn ich irgendwelche Recherchen machen muss. Aber für Leute, gerade in Corporates, die den großen Teil ihrer Arbeit eben innerhalb dieser Microsoft-Produkte machen, da wird Copilot natürlich ein zusätzlicher Gamechanger sein. Auch wenn es natürlich noch eine Zeit dauert, bis die Features sich wirklich gut entwickelt haben. Ich habe dann auch noch Copilot ausprobiert innerhalb von PowerPoint und da kann man eben auch einen Prompt eingeben, sowas wie, erstelle mir eine Präsentation zum FC Bayern. Das Ergebnis fand ich jetzt so mittelmäßig, also fand ich jetzt nicht so doll. Da gibt es bessere Apps wie zum Beispiel Gamma. Also Gamma kann deutlich bessere KI-Präsentationen erstellen. Aber da auch wieder das Thema, Gamma ist jetzt natürlich jetzt nicht im Microsoft-Ökosystem drin. Und gerade Großunternehmen, die werden natürlich langfristig PowerPoint nutzen wollen, beziehungsweise die KI-Features innerhalb von Google Slides. Also mein Fazit bislang zum Thema Copilot. Das ist auf jeden Fall ein gigantischer Gamechanger, was die Adoption von KI angeht. Jetzt werden eben hunderte Millionen von Menschen KI in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Microsoft Office hat natürlich eine viel bessere Marktdurchdringung als jetzt ChatGPT. Die Features, wie gesagt, die sind jetzt noch nicht auf dem Level von ChatGPT, zumindest von dem, was ich jetzt eben gesehen habe. Das wird eine Frage der Zeit sein. Aber selbst wenn die Copilot-Features niemals genauso gut sein werden, wie jetzt eben die Features von anderen externen Tools, wird es immer genug Leute geben, die sagen, okay, vielleicht ist es nicht die beste Lösung, aber das ist alles in meiner vertrauten Microsoft-Umgebung drin. Und deshalb ist Copilot besser als ChatGPT, als Gamma oder als andere KI-Apps. So, das war die heutige Folge zum Thema Microsoft Copilot. Ich bin super happy, dass das Tool jetzt für alle verfügbar ist. Und wenn ihr mehr über KI-Tools wissen wollt, dann kann ich euch natürlich unsere AI-Masterclass empfehlen. Dort lernt ihr wirklich die wichtigsten Tools kennen. Ihr lernt, wie man wie ein Profi eben promptet und wie man eben auch KI-Tools in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Unsere AI-Masterclass findet jeden Monat statt. Das sind immer zwei Live-Sessions. Die nächste findet schon kommende Woche statt, am 22. und 23. Januar. Und dann haben wir noch einen Termin im Februar, am 26. und 27. Alle weiteren Informationen und Termine findet ihr unter www.theo.ai. Und mit dem Promocode PODCAST erhaltet ihr 20% auf den Teilnahmepreis. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.